Hey meine Lieben, wir haben eine Titanenwaffe aufzuhalten. Und zu diesem Zweck müssen wir hier auf so einen Felsversprung klettern. Nun haben wir zwei Probleme. Erstens Monster, da fliegt noch eins. Ich fürchte, das wird uns auch angreifen. Und dieser Boden hier, da brennt es nämlich. Da sind Bomben, Geschosse, was weiß ich, eingeschlagen. Ich werde jetzt versuchen, wenn der hier wieder in die andere Richtung abgezischt ist, da rüber zu kommen. Weil wir haben jetzt beim letzten Mal doch schon recht viel gekämpft. Ich meine, der ist nicht schwer, aber wenn du dann auf so einen Felsversprung stehst und dann brennt hier noch der Boden und alles, dann ist das nicht so geil. Genau. Ja, wir haben es doch schon. Wunderbar. Wunderbar. Das war's für heute. Naja, nur ein Schnitt wäre ja etwas zu einfach gewesen, ne? Wo ist da vorne und wo ist hinten? Das Ding hat doch sicher mehr drauf, oder? Aber das ist schwach gegen Elektro, jetzt hätte ich natürlich den Sieg gut in der Truppe haben können. Wie wäre es, wenn ihr mal die Tränke da aufsammelt? Ich meine ja nur so, ihr steht direkt davor. Ah, umgeworfen, schön. Schwanken kann das Ding auch noch. Das ist irgendwie, heilt sich das? Hat sich das gerade geheilt? Äh, das ist aber blöde. Das Ding hat sich geheilt. Hä? Hm. Wie haben wir sich das denn jetzt gedacht? Das heilt sich. Also... Das kriege ich überhaupt nicht klein? Wie ist denn das gedacht? Ich meine, das kann ich noch Stunden hier so weiter treiben, aber das bringt ja nichts. Was? Ja, das zieht ja sofort wieder hoch. Hä? Wie ist das jetzt gedacht? Da kann ich ja bis zum St. Nimmerleinstar kämpfen. Hm. 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 Kann ich noch irgendwas anderes anvisieren? Hm. Ja. Stromkabel! Hä? Okay. Hm. 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 Stromkabel anvisiert, oder wie? Ihr macht einfach das da und ich mach das Stromkabel. Ich soll jetzt nicht Mytras Fähigkeiten einsetzen, aber... Wir hören jetzt mal nicht auf die Leute. Da hätte ich ja noch ewig weitermachen können. Das blöde Stromkabel. Stunden später. Aber solange die da das große Vieh... Ich würde sie ja gerne herrufen, dass das schneller geht, aber ich glaube, es ist besser, wenn sie das... Vieh... Okay, zu spät. Kommt doch mal her hier, Leute. Nur ein kleiner Schnitt, hat er gesagt. Nur ein kleiner Schnitt. Das ist ein ganz schön hartnäckiges Stromkabel. Oh, jetzt habe ich geträumt. Mist. Das ist eine Verschwendung. Oh oh. Könnte mal jemand Nia auf... helfen? Nein, nicht gut. Und Morax? Ja, das war eine schlechte Idee. Die herzurufen. Komm schon! Ah! Wir haben's! Puh! Ich bin glaube, da. Ich bin glaube, es ist ein sehr guter. Ich bin glaube, es ist ein sehr guter. Ich werde schon sagen, was ich willst. Dieser kann ich auch für das Monster totaflummen. Das ist ja auch für Wiener Geist. Wishes das Fanrenort. Ich werde mich nicht dafür schmerzen, als das lineal von Marlveini in Marlveini. Nein, aber man weiß nicht, dass ich das Mannen kann. Ich weiß nicht, dass ich das Mann nicht verstehe. Ach, du bist... ich? Herr Gottes, du bist mit einem Schlechstuhl. Du bist mit einem Schlechstuhl. Ja, das ist das. So, dann. Dann sag ich. Du hast, dass du mit mir und ich mit ihm mit uns kämpft. Warum bist du mit ihm? ...Sin? 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 Es gibt nur die Wahrheit, nur die Wahrheit. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich denke, es ist nicht einfach so einfach. Ich bin ein Bord. Sie werden sich mit einem anderen Bord auf dem Boden schütteln. Ich bin ein schlechtes Faktor. Ich bin ein Bord. 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 Das ist doch der Kletcher ... Du hast es gewonnen ... Du bist ... Wer ist ... Wer ist ... Wer ist ... Wer ist ... ... denn du bist ... Der Grund ist ... Du bist ... Ich ... Du bist ... ...Könner... Ich weiß, wie was es sich auf den Bewegungsartig auf BA. Und was geschieht, dass wir den Fräsen nicht auf dem Weg finden? Wie war es so, der Gebäude? Alles genutzt das하면 es, was wir mit den Drift zu sehen. Was für Sie, die Drift? Das ist jetzt. Oh, okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder bei den Torner ist eine Klinge. Ganz einfach. So. Ich glaube, das macht weniger Brainfuck. Ist das schön, hier wieder da zu haben und den zu schwanken bringen zu können. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Komm. Lass mich wieder runter. Ach, Mist. Ah. Schön hinlegen, mein Lieber. Wir wollen doch nicht, dass du dir weh tust. Das ist schon ziemlich OP, wenn ich die ganze Zeit den Anker schon sprennen kann. Das ist schon ziemlich gemeint, das Hochwerfen. Komm, bring ihn zum Schwanken. Bitte. Danke. Mist. Was war denn das? Du meinst du. Leg dich hin, Junge. So. Dus ich einen? Das ist schon so deep. Ich glaube, ich bin eigentlich auch dein Lieber. EINER! ZETT! SIGRAN SMASH! ZEINER! JAKS EINER! GROKE! STRONG! GROKE! ZETT! IT! GROKE! 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 St 그리고 GROKE! 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 Moreg! 잘하실 수? GROKE! apr became разные Got any time bye ordering Nicht nett! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin gleich hinüber. Hilfe! Nicht auf Nia gehen! Nia, nicht mehr hoch! Danke! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mist! Weg dich hin, Junge! Nein! Wieso liegt denn Muratschen wieder rum? Sei nicht so faul! Das ist ja schon wieder weg hier. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ah, komm schon! Wir haben's doch gleich! Jawoll! Okay. Musik 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 Er ist ein Blades der Welt. Aber wir können jetzt nicht die Kraft! Wenn wir die Kraft haben, dann können wir die Kraft! Das ist gut. Was ist das? Falsam! Das war's für heute. Ahn... Ahn... Warum? Warum? Shin! Was ist dein Ziel? Warum? 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 Ich bin schon sicher, dass ich die Kraft gibt. Ich kann mich für die Kraft erledigen. Ich habe keine Macht aus der Vergangenheit. Warum? Er ist ein Verbrechen. Er wird sich in die Welt verändern. Es ist ein Verbrechen. Aber... Er ist ein Verbrechen. Wenn du vorst, dann erinnere ich mich. Die Geschichte ist abhängig von der Geheimnis und der Neue Erkonomie. Der Geheimnis wird sich mit dem Erkonomie gezogen. Die Leute unternehmen sich selbst. Das ist die Wahrheit. Aber wenn man als Kind und der Geheimnis ist, der Geheimnis und der Wunscher, der Geheimnis wird mit der Geheimnis verliehen. Die Arkadier sind deshalb einfach die Vorrednerin. Die Geheimnis wird mit dem Erkonomie und der Geheimnis berührt. Daher ist es, ob es zu den Körpersen wie ein Verwärts, damit man sich nicht verhindern kann, was man sich nicht verhindern kann. Es ist es, was man ist. Die Körpersen... Der Körpersen muss man sich nicht verhindern, denn es ist Braid, es ist mein Leben. Braid, der ist mein Leben... Was... Was... Ich weiß, dass du hier in diesem Weltkrieg bist. Du bist hier schon gekommen. Du kannst dich nicht wiederholen. Aber du kannst dich nicht wiederholen. Ich kann es nicht nur aufhören. Das ist so, wenn ich... Das ist mein Mann! Was? Was ist das? Das ist ein Mann! Was? Yostinne! Das ist der Wettbewerb. Ich werde das. Das ist gut. Oh, ich kann nicht weg. Ich bin mir nicht sicher. Sie haben nichts mehr gesehen. Wir haben noch keine Worte. Was ist das? Das ist doch ein Zeug! Es ist schon ein Zeug! Das ist sicher. Aber es bleibt noch eine Energie. Das ist das gleiche. Das ist ein Zeug! Oh man, nicht schon wieder! Aber diesmal kann er sich nicht heilen, hoffe ich doch mal. Ja, das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Das dauert jetzt ein bisschen, aber das kriegen wir hin. So, jetzt den Godfrey hinterher. Klingenfessel, Siegel, macht zwar nicht so wirklich Sinn, aber... Hauptsache Schaden drauf. Und jetzt müsst ihr auch noch dieser Dingskern rumrumschwirren, genau den wir zerbrechen können. Schon ganz vergessen diese Mechanics. Ja, dann machen wir mal. Ja, komm auf! Angriffskette, Mythra! Nächster, äh... Nimm mal! Nimm mal! Nehmen wir mal! Jawoll! Äh, Brigitte natürlich! Bruch! Sehr schön! Und weiter geht's! Dann nehmen wir Rock! Und, äh... Drum mal! Weil wir's können! Und Finch da auch mal! Einmal! Wenn wir noch mit den Runden rumkommen, den wir sehen! Das ist sicher ein bisschen, aber das ist ein guter Weg. Und dann gehen wir auf. So, jetzt können wir als nächstes nehmen Eis. Oder Wind. Hm. Dann nehmen wir Wind. So. Hier. Danke. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur die drei Leisten da wieder vollkriegen. Oh, wieso sind denn alle... Oh, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh, oh, was ist hier passiert? Nia. Oh, 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 lass mich in Ruhe. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht gut. Ist Murak wieder oben? Nein, Nia, was machst du denn? Hilf dem Murak hoch. Ah. Wieso liege ich? Hilf dem Murak hoch. Nia. Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Was geht hier? Tränke! Nia, Tränke! Hilf mir hoch! Oh Gott! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Verme... Wo ich fangen euch zu sehen! oniein... Oh Gott, um количе, hat rges Klasen! Oh Gott, um locker ist nur für alle... Oh Gott, um hier... Den sollten eben auch um einenndter Schuh. Ankerschuss schwammen! Ankerschuss schwammen! Oh Gott! Verfehlt? Wieso? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir haben's doch gleich! Komm Leute! Wir haben's doch bald! Jawohl! Jawohl! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit hätten wir auch das fünfte Kapitel hinter uns gebracht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Verteidigungsmechanismus am Ende mir echt doch so Probleme machen würde, aber ja gut, das wäre ja sonst zu einfach gewesen. Eieieiei, da eskaliert es ja gleich maximal. Ich bin mal gespannt, ob sie es nach Uraia schaffen, rechtzeitig, sonst, äh, naja, ich meine, die Heere sind schon hochgezogen, also eigentlich können sie da kaum noch was verhindern. Ja, gut, na gut, wie es weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie immer. Und wir sehen uns dann. Das nächste Mal geht es dann wieder mit Zwischensequenzen los, denke ich. Gut. Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns.